hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge pure arc das wird die letzte folge sein hier auf scorched earth zumindest hoffe ich das denn heute möchte ich das letzte artefakt bergen und die letzte höhle besuchen und dazu werde ich alle meine geier mitnehmen das sind sechs stück und ich werde selber mit dem tapajara hinfliegen das wird wahrscheinlich eine weile dauern denn die geier die fliegen ziemlich langsam und wir können ja leider kein größeres tier mitnehmen außer tiere die wir auf die schulter nehmen können weil man da halt durch den eingang durchkriechen muss und ja ich habe mich ein bisschen ausgestattet ihr seht das ich habe auf jeden fall eine fackel dabei ich habe auch im inventar noch zwei weitere ich habe eine lila farben also eine blaue fortschrittlich hergestellte pistole die habe ich gefunden und habe mir dazu munition gemacht und ich habe noch mal eine armbrust mit grappling hook dabei und außerdem natürlich mein ziemlich gutes schwert so und jetzt muss ich erst mal manchmal lieber die tür zu bevor der käfer abhaut ja mit dem tapajara die die geier auf folgen pfeifen und dann ja in die äußere wüste fliegen ich glaube ich pfeife die liebe auf mich persönlich ist glaube ich einfacher und in diese ruinenstadt in der wir ja auch schon mal waren habe ich jetzt irgendjemanden gefiffen nee doch der da okay der folgt schon du und du und du so dann mache ich die auf verhalten wo war denn das genau verhalten dein ziel angreifen sind die das denn alle ja okay gut so dann wollen wir mal mit unserer kleinen geier schar losfliegen haben wir sie jetzt alle ja es steht zumindest keiner mehr da müssen ja mehr oder weniger hier so schräg rüber da irgendwo befindet sich ja dann die diese kleine ruinenstadt wo man halt dann mit dem flieger immerhin durch das dach schon mal ins gebäude kommt ihr seht wie langsam die sind die fliege jetzt langsam wenn ich hier so ein paar züge gemacht habe dann sind die schon so weit hinten das waren jetzt ich glaube fünf oder sechs flügelschläge gut wir sehen uns dann in der ruine wieder so ich bin jetzt angekommen ich würde mir jetzt hier mal diese foundation hinstellen bettchen drauf so und dann habe ich aber auch noch schlafsäcke dabei ich lege mir die mal kurz hierhin so 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 und dann haben wir hier drüben noch mal welche ist auch komisch dass die nicht zu mehreren stecken also irgendwie seltsam so okay ich denke wir haben es jetzt so weit ähm ich muss die geier leider da einzeln rein setzen weil ich mir absolut sicher bin dass wenn was ist jetzt los keine panik ganz ruhig bleiben ich bin mir absolut sicher dass wenn ich hier durch krieche schaffen die das nicht mit zu folgen boah ist das finster deswegen muss die jetzt erstmal alle hier drin abwerfen und ja jeden einzelnen wir sehen uns dann wieder wenn ich so weit bin und loslege okay es kann losgehen die vier hier folgen die stehen alle auf greife mein ziel an ich habe das schon mal ausprobiert man kann die geier nicht auf feinde pfeifen ich weiß auch nicht wieso das nicht funktioniert ich werde mich jetzt hier ein bisschen beeilen in der hoffnung dass hier noch nicht ganz so viel viel zeug gespawnt ist aber leider sind die geier ja auch sehr 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 langsam so hier drüben haben wir den explorer node so weit bin ich nämlich schon mal gekommen äh das habe ich schon aufgemacht das doofe ist halt wenn ich die fackel ausmache weil ich die waffe ziehen muss dann sehe ich wieder nicht dass es so stockfinster hier drin ist kommt ihr? ja ihr kommt das ist echt schwierig muss ich wirklich sagen und ja eigentlich ist auch diese höhle hier nicht so besonders groß sie ist halt deswegen so schwierig weil man eben nichts vernünftiges an tieren mitnehmen kann seid ihr noch da? ja ihr seid noch da und ja wie gesagt also ein schwamm dimorphodons wäre mir ehrlich gesagt lieber denn wie gesagt einen dimorphodon den kann ich auch sagen greife den da an da kann ich gerne bei den geiern versuchen die ignorieren das aber die machen da nichts das ist ein bisschen bisschen doof ehrlich gesagt ein bisschen doof seid ihr noch da? ja ein bisschen schneller okay so wir gehen hier drüben durch ich weiß gar nicht wo der andere Gang hinführt ich glaube das ist nur ein anderer Weg dorthin wo wir hier hin wollen also ich glaube man kann den anderen auch gehen da kommt man dann hier an so einem Seitengang gleich wieder raus seid ihr da? ja ihr seid da ist komisch aber wenn man sich von denen wegdreht dann hört man die Tiere auch nicht mehr hinter sich her laufen wenn ich mich umdrehe dann höre ich sie wieder flattern strange ah ich höre was äh aber was da okay gut ja solange die Viecher meine Geier angreifen super das blöde ist halt die fliegen ja immer wenn ich stehen bleibe dann überholen die mich leider immer und ist mir eigentlich nicht so recht weil die sollen ja angegriffen werden wie gesagt wenn ich jetzt die Waffe ziehe weil ich ähm auf was schießen will dann sehe ich eben wieder nichts abgesehen von diesen da hinten ist schon wieder was ich sehe sie oh ich glaube das hier ist auch ah nein ja tötet sie sehr gut es gibt hier auch diese komischen Golems dieser eine Stein sah gerade dieser da der sah so ein bisschen danach aus so ich hoffe wenn ich jetzt hier springen muss äh behindern mich meine Tiere nicht das wäre echt extrem kontraproduktiv hüpf okay hüpf also sind das hier das sieht ja komisch aus so und jetzt würde ich denen halt gerne sagen die sollen die angreifen kann ich aber nicht ich kann ihnen das nicht sagen oh nein so ein Golem das werden die wahrscheinlich nicht schaffen den Platz zu machen ich höre ihn schon mit Steinchen werfen kommt ihr flotter Tiere das sind irgendwie so wenig schaffen die das nicht an dem Ding vorbei oder was jetzt müssen wir die auf jeden Fall wieder auf angreifen stellen kommt jetzt greif an warum greifen die nicht an oh man ätzend ich sehe da drüben ist ähm nein was geht weg mach dieses Ding aus oh scheiße ich will die pfeifen ich schaff's nicht äh neutral jetzt kämpft okay so weit so gut ich hab gesehen da hinten war noch ein Explorer Note aber wir müssen erstmal hier die Sache klären wir haben Waldtraut oder so verloren kommt mir mal nicht so nah mit euren Opfertieren okay puh wir müssen aber an dem blöden Golem wieder vorbei oh wow wow wo war denn das ich hab gerade ich hab gerade ein Explorer Note hier aus dem Augenwinkel gesehen irgendwo hier an der Seite hier irgendwo hier 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 okay süß mit Fußtapsen sehr schön boah die Geier sehen schon ganz schön angegriffen aus jetzt müssen wir hier nur wieder zurück ich glaube diese Golems die heißen auch anders die heißen irgendwie Rubble Golem oder Gabbel Golem oder sonst irgendwas die sieht man glaube ich tatsächlich gar nicht als Steine rumliegen so wie die großen Rock Golems sondern die ähm die kommen aus dem Boden raus irgendwie jetzt muss ich aufpassen wo hier diese Springpassage wieder ist nicht dass ich hier ins Loch falle gesagt ich hab zwar zwei ich muss dringend mal meine Waffen laden zwei Grappling Hooks dabei aber wenn ich sie nicht brauche weißt du muss ich sie ja nicht verwenden eine Fackel an komm hüpf da mal rüber häp ah puh puh das ist auch so ein Nervenkitzel immer mit dem Springen für mich zumindest ich find das ganz ganz grauenvoll jawoll nix wie raus wo sind meine Tiere okay gut 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 ich befürchte dass der Rückweg vielleicht nicht ganz so leicht wird weil wir sind relativ schnell reingegangen der hat ist hier glaube ich noch gar nicht so viel gespawnt oh nein ein Schlang hier ich glaube es bringt aber nicht viel ja greif die Geier an oh nein da oben ist noch was ich hab's schon gesehen man jetzt mach doch mal nein jetzt oh scheiße wieder die falsche Waffe gezogen ich bin einfach so ein ihr wisst warum ich nicht schieße erstens ich treff nichts zweitens ah scheiße 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 lauf 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 Arthropleura lauf 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 wir haben das Artefakt ja der Rest ist jetzt naja vielleicht nicht unbedingt ein Kinderspiel ich renne halt jetzt so weit wie ich kann ich müsste nebenbei mal was essen was ich jetzt aber auch leider nicht managen kann hab 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 müssen die Geier eben zurückbleiben seht ihr noch was ich hoffe ich mach mal die Fackel wieder an naja ist eigentlich schlimmer mit nein oh Gott oh Gott oh Gott nein 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 okay wir werden hier jetzt sterben wir werden hier sterben haut doch ab ihr doofen Viecher je weiter oben am Ausgang umso besser oh ja wir sind fast draußen nicht genügend Ausdauer oh Gott wieso nicht spinnst du du kannst doch jetzt nicht stehen bleiben rennen 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 oh Gott die hat die Ruhe weg die Dame hier hä wir haben's gleich wir haben's gleich einmal kacken da ich glaube hier kommt nichts anderes durch lauf doch ja tut mir leid um die armen Geier ja im schlimmsten Fall kommt hier eine Schlange durch wir haben's geschafft Leute wir haben's echt geschafft ja mit Ach und Krach zurück klar hätte man jetzt auch alles langsam machen Kampf für Kampf und so aber Hauptsache ich bin hier weg Hauptsache ich bin hier raus die armen Geier es tut mir leid ich hab ja nur eine oh Rückel nur eine Todesmeldung bekommen aber ich nehme mal an dass wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde dann würde es von Todesmeldungen nur so hageln weil die kämpfen ja glaube ich jetzt gerade mit dem Golem und das werden die einfach nicht schaffen juhu okay wir können noch mal ganz kurz gucken mhm mhm hier haben wir einmal das Artefakt des Zerstörers und einen Skin für einen Schwert wenn ich mich nicht irre jetzt hab ich aber schon einen naja ist egal gucken wir uns nachher an den gucken wir uns nachher an erst mal nach Hause fliegen da komm ich wieder zu Hause an es ist sobald ich zu Hause bin das Interessante ist es auf einmal nicht mehr so heiß ich wollte gerade sagen es ist tierisch heiß aber nein weil das Leben was ich da verloren habe das ist nur teilweise durch die Höhle passiert ah der folgt mir auch ne das ist nur der Folge Abstand gut wunderbar dann wollen wir jetzt natürlich uns noch mal angucken was wir bekommen haben und zwar haben wir noch mal einen Skin für einen Schwert bekommen dann werde ich mal das hier rauslegen da ist momentan dieser Aberration Skin drauf dann legen wir mal das hier drauf und gucken uns die ganze Sache mal an die 4 so sieht dieses Schwert hier aus K ja ziemlich cool das haben wir ja bekommen dann haben wir ja noch mal den Skin für die Fackel aus irgendeinem anderen Loot und dann muss ich jetzt erst mal gucken wo habe ich habe ich das Schwert überhaupt noch dabei äh so ne den Speer meine ich dann haben wir ja noch mal ähm wo ist er wo ist er wo ist er hier genau dann haben wir ja noch mal diesen Speer Skin irgendwann mal bekommen so das sind nein nein alles falsch ich drücke nur die falschen Tasten so das sind eben die 3 Sachen die ihr bekommen könnt und ja also das Schwert ist es natürlich dieses Manticore Schwert wenn man am Ende den Manticore besiegt dann ähm bekommt man da ja ich glaube einen Helm oder ein Bruststück ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau irgendwas bekommt man da ich will aber trotzdem lieber erstmal diesen Aberration Skin drauf behalten ja ich möchte jetzt die Sachen auswählen die ich mitnehme ich habe schon gesagt ich wollte ja auf jeden Fall ein Windrad mitnehmen das ist der eigentliche Grund warum ich überhaupt hier bin um an ein Windrad zu kommen dann gucke ich mir mal an welche Blueprints ich habe also erstmal lege ich glaube ich alles alles weg was ich hier nicht brauche so das 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 brauche ich ja alles nicht obwohl die Cantinen ich glaube ich habe zu Hause gar keine die nehme ich vielleicht doch mal lieber mit ähm das kommt hier alles wieder hier rein so das Artefakt das tun wir hier zu seinen Kameraden dann haben wir alle drei zusammen mal einmal das des Felsens des Torwächters und des Zerstörers so und dann haben wir hier einen schönen Blueprint hier einen schönen Blueprint was haben wir hier eigentlich Araneo okay und ein Diabär na gut die werde ich werde ich wahrscheinlich eh nie haben Mosa hm vielleicht äh ja eine Ölpumpe würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen aber es würde mir nichts nützen weil es gibt ja keine Ölfelsen so das haben wir ist hier noch was wichtiges drin ich glaube nicht die einzige Waffe die ich noch mitnehmen will ist die ähm das kann ich ja auch mal hier reinlegen so dann klicken wir mal die ganzen Dinger hier unten weg okay dann haben wir noch ein paar Blueprints gefunden äh da habe ich hier einen ziemlich guten Taucheranzug dann haben wir hier einen Eco-Sattel den werde ich sogar vielleicht mal verwenden da haben wir so richtig geilen Flammenwerfer und die Flammenwerfer Munition als Bauplan eine blaue Gillyhose im blauen also türkis ist es ja Kompositbogen richtig krasses Gerät ähm was haben wir hier den Mantis-Sattel den werde ich nun wirklich nicht brauchen aber die Fellhose äh hier haben wir einen Raptoren-Sattel und einen Revolver in sehr guter Qualität und einen Thylakoleo-Sattel uh auch nicht schlecht ich nehme auch noch mal die Blaupause fürs Windrad mit okay das und der Archeopteryx das sind die Sachen die ich gerne mitnehmen möchte alles andere bleibt hier ja auch die Chynuk bleibt auch hier zack wir haben das ja beim letzten Mal schon gemacht Kreaturen hochladen ähm ach so da oben war er ich wollte gerade sagen wo ist es hier hochladen annehmen zack so ich gehe mal davon aus genau er ist jetzt weg okay ArcDaten da packe ich jetzt hier den ganzen Kram rein das muss man wieder händisch machen das ist auch so nervig warum funktioniert das hier nicht mit der T-Taste jetzt muss ich jedes einzelne Stück man kann also 50 Sachen mitnehmen okay so viele habe ich jetzt gar nicht aber ich hätte jetzt auch nicht mehr mitnehmen wollen ich wollte wirklich nur die überragenden Sachen mitnehmen so und so das einzige was jetzt nicht überragend ist ist das Windrad aber das gibt es nun mal nicht in überragender Qualität so ja jetzt ist es hier alles drin genau und jetzt will ich den Überlebenden hochladen annehmen so genau überlebenden ach wieder herunterladen nö abbrechen ja und jetzt ist halt wieder dieses gleiche Ding ich kann nicht einfach die Map wechseln ich kann nicht einfach das Spiel beenden ich muss mir hier erst einen neuen Charakter machen finde ich total bescheuert warum ist das so das ist doch dumm ja ich höre ja jetzt schon dass ich sterbe jetzt schon den Tarotvogel gehört haben sie auch gesagt das wollen sie in relativ kurzer Zeit ändern dass man ähm ach Mist da habe ich ja jetzt auch diesen blöden blöden typen jetzt muss ich erst mal zu irgendeinem Obelisken ja das wollen sie in relativ kurzer Zeit ändern dass man halt unsichtbar ist für wilde Tiere während dieser während dieser Animation des Aufwachens ja das also ich habe ja jetzt schon gehört dass da gerade ein Terrorvogel auf mich aufmerksam geworden ist das heißt ich hätte also unmöglich jetzt hier respawnen und irgendwie schon irgendwie nett anfangen können ich wäre sofort zerlegt worden bevor auch noch die Animation abgelaufen ist so da komme ich gerade an ich bin mir jetzt ehrlich gar nicht so sicher ob das hier so funktioniert Arkdaten Überlebenden hochladen muss ich wahrscheinlich und dann lade ich sie wieder runter ich hätte den wahrscheinlich jetzt auch einfach mal töten können ja das wäre wahrscheinlich auch gegangen und dann hätte ich ja sagen können ob ich einen neuen Charakter anfangen will oder einen runterladen will das wäre wahrscheinlich die schnellere Variante gewesen aber das hier ist glaube ich die sauberere Variante weil der Typ ist jetzt weg weil wenn er gestorben wäre dann würde vermutlich seine weiß ich gar nicht liegt da nicht seine Leiche irgendwo noch rum hm ich weiß es alles nicht ich finde das ist irgendwie wie doof gemacht also man hätte einfach das so machen müssen dass wenn man einen Überlebenden hochgeladen hat und dann ja keinen mehr auf der Map hat dass man dann einfach wieder in den Bildschirm kommt wo man sich die Map aussuchen kann und dann nicht einfach sich erst wieder irgendeinen Random Charakter erstellt den man dann sowieso wieder tötet oder wieder hochlädt das ist irgendwie doof finde ich das haben sie nicht klug gemacht ich hoffe sie überarbeiten das nochmal was ich mir auch wünschen würde dass sie es mal überarbeiten ist sowas wie multiple Spielstände oder Speicherstände momentan ist es ja so wenn ihr eure Einstellung macht sowas wie die Zähmgeschwindigkeit die Schwierigkeit und sowas und auch die Mods dann gilt das für alle Maps egal auf welcher Map ich spiele das sind diese Einstellungen wenn ich sie ändere dann ändert sich das für alle Maps äh Maps und so ja auch mit den Mods und das ist halt ein bisschen hm blöd weil ich jetzt immer zwei komplett verschiedene Speicherorte habe also ganz verschiedene Ordner an denen ich die Sachen speicher ähm und jedes Mal halt in die Inni muss und erstmal irgendwie meine Saved Ordner ändern muss das finde ich schon irgendwie ein bisschen blöd ne die wollen wir nicht die hier wollen wir da hab ich dich hihi nehm ich dich mal lieber gleich in die Hand bevor du mir irgendwie abhanden kommst so und dann will ich noch die ganzen Sachen hier runterladen geht das wenigstens das geht auch nicht geht das wenigstens das geht auch nicht ich muss alles einzeln machen aber warum das ist doch doof nur wahrscheinlich Drop All das wäre wahrscheinlich gegangen so da würde ich nämlich als erstes gleich mal versuchen das Windrad aufzustellen und dann ist glaube ich aber auch für die Folge wieder wieder gut hoffentlich funktioniert das hier überhaupt yay sehr schön jetzt ist die Frage wo stelle ich dieses hervorragende Windrad hin ha eigentlich eigentlich ja so am besten hier aber und äh an irgendwas snapped es das ist ja ein Ding hier rum ist es so rum ist es okay das ist gut finde ich nein also so ein Stück hoch hm Moment mal bevor ich das jetzt mache eigentlich muss es an irgendeinem Kabel snappen sonst muss ich ja die gesamte Verkabelung neu machen das sollte ich vorher mal bedenken ich kann ja mal gucken wo das hier überall snappt ja gar nicht so schlecht wenn ich das hier hinstelle steht zwar ein bisschen im Weg aber äh was wieso ist es jetzt kaputt gegangen muss man das verstehen das ist doch unfair hab ich es noch ja ich hab es noch verstehe ich nicht kapiere ich schon wieder alles nicht ist mir alles wieder zu hoch hier hm aber warum hier geht's und arbeitet es auch ich mach mal kurz den Generator aus und dann sehen wir ja ob hier noch was läuft ja die Lampen leuchten noch steht zwar irgendwie so mitten im Weg aber mein Gott juhu alternative Energie sehr gut ich bin happy und ich würde doch sagen dass an dieser Stelle die Folge auch wieder zu Ende ist ich hoffe es hat euch gefallen und ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Let's Play Pure Arc bis dann tschau 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 tschau